Sie sind schön, reich und berühmt. Ich möchte einfach unvergessliche Filme machen. Einige haben sogar Talent. Er wollte Schauspieler werden, seit er fünf ist. Und? Sie sorgen immer wieder für neue Schlagzeilen. Sie fing an loszuziehen und ihren Kummer zu ertränken. Hol dir deine Portion High-Society-Gossip. Ist das toll! Deine Celebrity-Shows. Heute, 20.15 Uhr bei Viva.